Letztes Jahr ist rund um Tesla und Bitcoin unfassbar viel passiert. Gründer Elon Musk hat sehr positiv über Bitcoin gesprochen, hat dann sehr positiv über Dogecoin gesprochen. Tesla hat Bitcoin gekauft, Tesla hat Bitcoin angeboten, um damit die eigenen Produkte, vor allem die Autos zu bezahlen und hat das Ganze auch wieder eingestellt und hat einen Teil der Bitcoin verkauft. Jetzt meldet sich Tesla wieder zu Wort, vor allem durch einen aufgekommenen SEC-Bericht und wir schauen uns an, was dahinter steckt. Viel Spaß mit dem Video. US-amerikanische Aktienunternehmen sind natürlich verpflichtet, der SEC Berichte zu erstatten über die Bestände an Kapital, die sie halten und unternehmerische Tätigkeiten, die sie umsetzen. Die SEC ist die Security Exchange Commission, das ist sowas wie die Börsenaufsichtsbehörde der USA. Diese Behörde ist übrigens die mächtigste Regulierungsbehörde der Welt, weil sie unfassbar großen Einfluss auch auf das Geschehen am Markt haben kann und regulieren kann, was Unternehmen tatsächlich dürfen und was nicht. Und ganz viele Unternehmen sind hier meldepflichtig, was zum Beispiel Verkäufe angeht, was die Art und Weise angeht, wie sie arbeiten, agieren und auf welches Kapital sie halten. So musste Tesla auch damals bei der SEC eine Erlaubnis einholen, um überhaupt die Rücklagen von Dollar jetzt im Bitcoin ablegen zu dürfen. Das Ganze wurde erlaubt. Tesla hat für 1,5 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft. Der genaue Bestand ist nicht ganz bekannt und hat dann durch diese Erlaubnis natürlich riesen Wellen geschlagen. Das war auch kein Wunder, dass sie das durften, weil im Endeffekt war das Unternehmen MicroStrategy schon vorangegangen. Mit dieser Erlaubnis hat ja deutlich größere Bestände auch in Bitcoin gekauft und vor allem prozentual gesehen von dem, was MicroStrategy an Rücklagen hatte. Und Tesla hat es denen mehr oder weniger nachgemacht, hat aber auch dort schon klargemacht, für uns ist Bitcoin mehr als nur eine Anlage, sondern wir sehen hier auch eine Bezahlmöglichkeit und würden gerne in Zukunft auch anbieten, dass unsere Autos mit Bitcoin gekauft werden können. Ja, und da haben viele dann spekuliert, oh, das könnte in ein paar Jahren kommen. Kurz darauf kam diese Meldung und man konnte wirklich auf der Homepage die Tesla-Autos mit Bitcoin bezahlen. Da gab es einen Button, ich möchte mit Bitcoin bezahlen und das Ganze war dann sogar auf Full Notes oder ist über Full Notes, die Tesla selber betrieben hat, abgewickelt worden. Also da war kein Zahlungsdienstler dazwischen oder sonst was. Und Tesla hat auch gesagt, dass sie die dort eingenommene Bitcoin hodeln wollen. Also die nicht dann in Dollar tauschen wollen, sondern wirklich als Bitcoin liegen lassen wollen. Das Ganze zeigt natürlich das langfristige Interesse an Bitcoin. Und dann gab es aber einen Moment, da Tesla, nachdem sie für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft haben, ein paar der Bitcoin für, ich glaube damals um die 250 Millionen US-Dollar verkauft, nachdem aber auch ein Kursgewinn da war. Viele haben dann Elon Musk und Tesla unterstellt, das Ganze nur Pump and Dump war. Dort hat das Unternehmen aber klargemacht, nein, wir glauben erstmal weiterhin an die Vision von Bitcoin. Und zweitens ist es so, dass wir hinter Bitcoin ein langfristiges Potenzial sehen, aber auch eine Möglichkeit, um eben liquide zu sein. Und das haben sie mit diesem Verkauf beweisen wollen. Sie wollten einfach zeigen, hey, du bist als Unternehmen jederzeit in der Lage, auch größere Summen Bitcoin zu verkaufen, ohne erstens den Markt damit zu bewegen. Und das stimmt, die Meldung hatte keine Auswirkungen auf den Markt, weil es erst Tage später bekannt wurde. Und zweitens natürlich, um irgendwie auch darzustellen, du kannst damit deine Zahlen unter Umständen auch schönen, wenn das mal sein müsste. Und dieser Beweis, der ist erbracht worden und dann haben viele gesagt, naja, wahrscheinlich sagen die das jetzt nur und verkaufen weiterhin Bitcoin. Das ist aber nicht der Fall. Bis heute hält Tesla seine Restbestände und damit auch das Versprechen, dass das nur ein einmaliger Beweisstück war, dass das überhaupt so funktioniert. Dementsprechend kann man da Tesla durchaus glauben. Auf der anderen Seite hat Elon Musk in der Zeit auch angefangen, sehr viel, ich sag mal, Blödsinn zu reden über Dogecoin und das Potenzial, was er dort sieht. Und da gibt es ganz fundamentale Gründe, die gegen einen Dogecoin sprechen. Also gerade auf technischer Ebene, aber auch auf ökonomischer Ebene, zum Beispiel eine dauerhafte Inflation von 5 Millionen Doge pro Jahr, dass das Netzwerk nicht ansatzweise an die technologische Sicherheit von Bitcoin herankommt und viele andere Dinge. Für Elon Musk, und das hat er auch dargestellt in einem Interview mit Jack Dorsey, Kathy Wood und einem Moderator. Dort sagte er ganz eindeutig, ja, eigentlich finde ich Dogecoin deswegen richtig toll, weil es ein kompletter Meme ist und das super witzig wäre, wenn diese bescheuerte, sag ich mal in Anführungszeichen, Kryptowährung, die Weltwährung würde. Überlege ich mal, wie witzig das wäre. Und da hat man so ein bisschen gemerkt, es geht bei Dogecoin, geht es ihm vor allem so ein bisschen um diesen ganzen Witz dahinter. Und da ist dann immer die Frage, wie ernst ist das zu nehmen. Viel spannender ist deswegen, den Blick auf Bitcoin zu richten und was Tesla am Ende macht. Auch wenn er dort Geschäftsführer ist, ist es so, dass Tesla ja nach wie vor diese Riesenbestände Bitcoin hält. Und ja, dann aber hat Tesla bekannt gegeben, wir stellen jetzt die Bezahlung unserer Automobile für Bitcoin ein. Die Begründung war ganz einfach, Bitcoin sei nicht klimaneutral, beziehungsweise Bitcoin erzeuge zu viel CO2, weil das Mining sehr stromhungrig ist und damit eben unter Umständen auch sehr viele fossile Brennstoffe verbrannt werden, um Bitcoin Mining zu betreiben. Auch damals war der Zustand schon gar nicht so schlimm. Es gibt immer wieder regelmäßige Zahlen vom Bitcoin Mining Council. Es gibt auch andere Institutionen, die hier ran forschen und versuchen herauszufinden, wie ist der Strommix der Bitcoin Miner tatsächlich, welche Energiequellen werden hier benutzt. Und was sich herausstellt, ist, dass immer mehr erneuerbare Energiequellen benutzt werden, denn diese produzieren regelmäßig Strom über. Also immer dann, wenn viel, zum Beispiel Sonne scheint, Wind weht und wir als Menschen oder Industrien diesen Strom nicht abnehmen, dann wird überproduziert. Und bislang kann man das für fast nichts anderes nutzen. Und Bitcoin Mining ist hier eine super Möglichkeit, dann diesen quasi kostenlosen Strom, der eh überproduziert wurde, nutzbar zu machen und damit auch erneuerbare Energien effizienter zu gestalten und natürlich auch konkurrenzfähiger zu fossilen Brennstoffen. Das heißt, genau genommen unterstützt Bitcoin hier sogar die Energiewende. Aber da haben dann viele schon gesagt, da müsste ja Tesla irgendwann mal hingehen und die Bitcoin-Bezahlung für die eigenen Automobile wieder anbieten. Gerade weil Teslas Aussage war, mindestens 50% des Bitcoin-Netzwerks müssten auf erneuerbaren Energien basieren. Und diesen Wert überschreiten wir seit über einem Jahr. Das Bitcoin Mining Council reportet hier regelmäßig Zahlen. Ich zeige euch das einmal, das sind die ganz aktuellen Zahlen. Der gesamte Energiemix von Bitcoin liegt mittlerweile bei 58,4%. Hier gibt es eine Messschwankung von 3%. Es könnte also sein, dass es sogar über 60 sind oder eben um die 55% sind. Auf jeden Fall ist über 50% erneuerbar. Und die Mitglieder des Bitcoin Mining Councils, die hier regelmäßig reporten und in den USA sitzen, die haben sogar fast 65% erneuerbare Energiequellen. Und damit ist Bitcoin eins der saubersten Netzwerke der Welt und entspricht natürlich auch den Voraussetzungen, die Tesla-Chef Elon Musk an Bitcoin gestellt hat und sich erwünscht hat von diesem Netzwerk, dass es eben zunehmend aus erneuerbaren Energiequellen produziert wird. Und das macht Bitcoin ja sogar zu einer saubereren Bezahlmöglichkeit als unser Fiat-Geld. Sehr spannend ist der ganz aktuelle Bericht jetzt, den Tesla an die SEC gestellt hat oder übergeben hat. Hier wird nämlich Bitcoin mehrfach als Cash-Alternative dargestellt. Also eine Alternative zu Bargeld. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sichtweise auf Bitcoin, weil Tesla hier natürlich auch nochmal ein sehr positives Licht auf Bitcoin setzt und aber auch nochmal klargemacht hat, dass sie an das langfristige Potenzial von Bitcoin glauben. Und dementsprechend glaube ich, mit den aktuellen Zahlen, die wir dort sehen, mit diesen Aussagen, die Tesla tätigt, und damit könnte natürlich auf Basis der sehr positiven Aussagen unter Umständen Bitcoin bald wieder bei Tesla als Bezahlmöglichkeit in den Shops auftauchen. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und bislang sehe ich hier nichts, was dagegen spricht. Tesla ist wie gesagt sehr, sehr positiv. Spannend bleibt aber hierbei nach wie vor das Thema mit Dogecoin. Ich denke, Elon Musk will im Allgemeinen einfach hingehen und sagen, wir möchten eine breite Akzeptanz von Kryptowährungen darbieten und wir möchten keine in eine ganz bestimmte Richtung pushen, auch wenn er das meiner Meinung nach mit Dogecoin natürlich tut. Ich denke, im Endeffekt möchten sie einfach die Freiheit lassen, dass der Kunde eben bezahlen kann, womit er möchte. Und ja, Bitcoin bietet die meisten ökonomischen Anreize, weswegen ich auch glaube, dass das langfristig genau das Geld ist, was wir als Menschen unter Umständen benutzen weltweit. Und dementsprechend ist mir auch nicht so wichtig, dass nur Bitcoin dort angeboten wird. Da sind von mir aus auch andere Kryptowährungen möglich. Ich finde aber trotzdem gut, dass das Unternehmen sich derart mit diesem Thema auseinandersetzt, weil das Nummer eins der Unternehmen ist, die, ja, ich sag mal, die Zukunftsvisionen hat, die wir Menschen vielleicht momentan am meisten vorantreiben. Also Elektromobilität, dann wieder das Weltall zu bevölkern, diese ganzen Dinge. Was davon Science Fiction und wirkliche Vision ist und funktionieren kann, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ich finde wichtig, dass in diesem ganzen Unternehmenskonstrukt sich auf jeden Fall mit dem Thema Bitcoin weiterhin auseinandergesetzt wird. Und eine Sache, die man vielleicht auch noch dazu erwähnen kann, die durchaus spannend ist, ist, dass Tesla gerade fort Twitter zu kaufen, oder zumindest große Anteile, und dass der Tesla-Chef ganz interessante Ansichten dazu teilt. Während er letztes Jahr auch in vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach sehr viel in Streitigkeiten und so verwickelt war, ist es umso spannender zu sehen, dass er fordert, dass Twitter aufhört mit Zensur. Das passiert nämlich auf Twitter regelmäßig. Mittlerweile gibt es dort eine ganz aktive Shadowban-Funktion, die auch die Kanäle darüber informiert, wenn sie davon betroffen sind. Und das bedeutet, viele Leute bekommen deine Inhalte nicht mehr vorgeschlagen. Und das einfach nur, weil Tesla als Unternehmen beschließt, deine Inhalte, die sind nicht so gesellschaftskonform, oder die sagen Dinge, wo wir nicht dran glauben, die nicht belegt sind oder so, und die stufen deinen Account dann zurück, zumindest für eine gewisse Zeit. Und das ist natürlich so eine Drohgebärde, halt dich an die Regeln, sonst wird dich keiner mehr sehen, und dann bist du quasi in der stillen Ecke. Und da möchte er einen Riegel vorschieben und sagt, das darf nicht sein. Und da ist eine hitzige Debatte losgetreten, die sich zwischen mehreren Fraktionen tierisch streitet, weil extrem Linke sagen, oh Mann, die extrem Rechten können jetzt einfach Inhalte verbreiten, Hetzpropaganda und so weiter. Wie wollen wir das? Das können wir ja nicht zulassen. Die Rechten sagen, ja, die Linken machen das Gleiche. Das ist ein Riesenstreit, der jetzt in beide Richtungen stattfindet. Ich glaube, wenn man das aus so einer ganz neutralen Mitte betrachtet, ist es schon wichtig, dass jeder seine Meinung äußern darf. Wichtig dabei ist eigentlich, dass tatsächlich Hetze und so weiter in unserer Gesellschaft keinen Platz findet. Die Frage ist, können wir das unterbinden, indem wir diese Plattformen als Zensurmedien benutzen, oder brauchen wir hier Bildung, die die Menschen daran hindern, das zu tun? Und ich denke, Elon Musk versucht hier klarzumachen, dass das Zweite der Fall ist und dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit Zensur, weil es sehr schwierig ist zu sagen, bis hierhin fassen wir das als Hetze zum Beispiel zusammen und ab hier nicht mehr. Und diese Grenze ist super schwierig zu treffen. Ich persönlich bin dabei erstmal ein Freund der freien Sprache und dass man niemanden zensiert. Ich denke, dass die Gesellschaft an sich zwar auch immer mal Verwerfungen haben kann und sich nicht ganz sicher ist, was ist jetzt der richtige Weg, aber langfristig doch schon für sich immer so einen Konsens findet, auch ohne, dass eine Plattform dort eingreifen muss. Und wenn eine Plattform eingreifen muss, dann haben wir vielleicht ein anderes gesellschaftliches Problem und dann gibt es eine andere Stelle, an der wir daran arbeiten müssen. Das ist zumindest so meine Ansicht zu diesem ganzen Thema. Ja, und jetzt ist es super spannend zu sehen, was Elon Musk macht. Twitter ist eine Plattform, wo gerade viele Bitcoiner aktiv sind und wo super viel Diskussion rund um Bitcoin passiert. Teilweise bis in die politische Ebene und hochkarätige Politiker, die sich über Bitcoin äußern, tweeten und in einem Direktaustausch mit der Bevölkerung natürlich stehen. Und es gibt wenig andere Plattformen, die das zulassen. Deswegen ist es spannend zu sehen, ob Elon Musk Tesla kauft und auch diese freie Sprache dort so umsetzt. Und natürlich spannend zu sehen, wie Tesla weiterhin jetzt mit Bitcoin verfährt. Das sieht alles erstmal positiv aus. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr cooles Merchandise kaufen wollt, wie dieses 21-Million-Shirt, schaut mal unten in die Videobeschreibung bei unserem Merchandise-Shop. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, lasst doch gerne ein Like für das Video da. Abonniert diesen Kanal, um keinen Inhalter mehr zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute. Und tschüss zusammen. Und dann� auch ein klein Genie bei Werchandise-Shop. Untertitelung des ZDF, 2020